Was sagen? Du fragst mich Dinge, das ist gut. Lieber Tim, auf was freust du dich heute am allermeisten? Das ist eine gute Frage, auf alles. Vor allem auf die neuen Clory Mountains. Die haben komplett neu gebaut, keine Strohberge mehr, kein Strom mehr durch die Gegend gefahren, sondern eine richtig coole Holzkonstruktion und ich glaube, das wird sehr spannend für die Toughrunner. Ist das schaffbar? Definitiv, man muss sich halt anstrengen, aber das ist halt so. Was gibt es dieses Jahr ganz besonders noch, außer jetzt den Clory Mountains? Die Clory Mountains sind neu, wir haben die Rise and Fall bzw. Highway to Hell, die sind neu gebaut und dieses Jahr das erste Mal haben wir einen Mini-Toughrun für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Also ich glaube, das wird auch nochmal sehr lustig werden. Sehr cool. Deine drei Top-Tipps für den Toughrun? Spaß haben, durchkommen und Spaß haben. Alles klar, danke schön. Danke.